Nach einem Wasserschalen im Kino musste das natürlich neu gemacht werden. Dazu hat der Kunde sich natürlich Hilfe bei uns geholt, wollte aber einige Speziallösungen haben. Zum einen ist die Decke, ich glaube sie heißt Odenwalddecke, mit Akustikpanels und Lichtpanels versehen, sodass das relativ unauffällig ist und eine clean Decke ergibt. Die Lautsprecher sind in der Decke eingelassen. Tonal ist der Mann jetzt nicht so aufgestellt, dass es knallen muss oder sonst irgendwas. Seinen Subwoofer hatte er zufälligerweise gerettet. Und ansonsten haben wir vorne eine Soundbar hingesetzt, eine kleine, passive Soundbar mit einem AV-Receiver, der das Ganze zeitlich und frequenztechnisch korrigiert. Oben die Lautsprecher integriert, man sieht auch, Voice of God ist integriert. Er hat einen Mix aus Atmos und Auro gemacht. Für ihn ist es genau das Richtige, er hat sehr viel Spaß damit, es ist unauffällig integriert und es war schnell nach dem Wasserschaden wieder erledigt. Ich finde, es ist eine interessante Lösung. Nicht für jeden das Richtige, aber auch mal ein anderer Weg. Wie du siehst, ist der Raum sehr hell. Es wird halt auch noch was anderes gemacht, ein bisschen Kicker spielen und all sowas. Da hat sich ein Bereich nochmal freigelassen. Sollte also kein Schwarzkino werden. Also haben wir eine Hochkontrastleinwand gesetzt, damit das Ganze vernünftig läuft. Und die Frontwand zusätzlich hat er dann als Design-Element noch schwarz gemacht. Das ist eine coole Lösung. Kommt vorbei, wir helfen euch auch bei eurer Lösung. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020